Eines weiß ich ziemlich sicher, meine Damen und Herren, mit diesem Video werde ich mir wieder viele Freunde machen, denn die Fragestellung lautet in diesem Video, warum steigt Gold, aber Bitcoin und Aktien fallen? Was ist da los? Warum passiert das? Wir haben ja zwei ganz große Themen derzeit an den Märkten. Das ist einmal die Inflation und die Reaktion, vor allem der Fed darauf und wir haben diese geopolitische Verunsicherung durch den Ukraine-Konflikt. Und die Märkte reagieren verschieden darauf und das hat sehr, sehr gute Gründe. Und diese Gründe will ich jetzt zeigen vorab. Ich habe nichts gegen Aktien, im Gegenteil. Ich bin leider nur nicht im Camp der Ideologen, die sagen, Stocks only go up. Das trägt mir ab und zu Kritik ein, aber inzwischen verstehe ich mich so als Art Psychotherapeut für die Stocks only go up Fraktion, für die Leute, die sagen, kann nur nach oben gehen. Und auf der anderen Seite habe ich große Sympathien für dezentrales Geld, für dezentrale Zahlungssysteme, bin aber gleichwohl nicht in der Glaubensgemeinschaft Bitcoin als Mitglied registriert. Auch das dürfte mir dann den Vorwurf eintragen, der Fugmann hat ja keine Ahnung. Das ist das bekannte Totschlag-Argument. Wer nicht für mich ist, muss gegen mich sein und hat dann im Zweifel keine Ahnung, weil wenn einer Ahnung hätte, wäre er ja praktisch in der Glaubensgemeinschaft, sagen die Gläubigen. Aber eins nach dem anderen, meine Damen und Herren, schauen wir uns zunächst mal die geopolitische Ausgangslage an. Sie kennen wahrscheinlich die Headlines, so eine Art Wiederauflammen des Konflikts. Die Russen sagen, die Ukrainer haben uns beschossen. Die Ukrainer sagen, die Russen haben uns beschossen. Also hier diese Scharmützel, die da stattfinden. Die Russen weisen den stellvertretenden Leiter der Botschaft in Moskau, der amerikanischen Botschaft aus. Biden sagt, sehr großes Risiko, dass die Russen die Ukraine praktisch besetzen oder da einmarschieren. All das hin und her, das ist praktisch jeden Tag dieser Sermon. Und diese zwei verschiedenen Eskalationsstufen, die wir sehen. Erst Eskalation, dann wieder ein bisschen Zurücknahme dieser Eskalation. Sei es darum, will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Wichtig ist das, was mit den Märkten jetzt passiert. Und hier sehen Sie mal Bitcoin seit November. Im Grunde geht es seit November für Bitcoin nach unten. Warum ist das so? Und warum geht es bei Gold zwar auch seit November zunächst mal nach unten, dann aber nicht mehr? Und jetzt geht es deutlich nach oben. Wie kann das sein? Was ist da los? Und die Antwort ist nach meiner Auffassung gar nicht so schwierig. Gold hat eine Eigenschaft. Es ist sozusagen eine Versicherung. Und jetzt in diesem geopolitischen Konflikt sind Versicherungen gerne gesehen und gerne genommen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir ja die Situation, dass die Anleiherenditen gestiegen sind. Normal ist das nicht gut für Gold. Aber was Gold hier spielt, ist das, was übergeordnet für die Märkte auch wichtig ist. Nämlich, dass die Fett die Zinsen anheben wird. Damit diesen Wirtschaftsaufschwung so abbremst, dass vermutlich dann die US-Wirtschaft in eine Rezession kippen wird. Und dann ist Gold als sicherer Hafen wieder gefragt. Deswegen hat sich Gold von den Anleiherenditen entkoppelt und geht nach oben. Das sehen wir hier oben in dem Chart. Aber Bitcoin ist wie die Aktien eben auch ein Liquiditätsasset. Vorwiegend ein Liquiditätsasset und nicht wirklich eine Versicherung. Und dementsprechend sehen wir, dass Bitcoin eben fällt. Gerade heute sehen wir, Gold geht nach oben. Bitcoin geht nach unten. Die Aktienmärkte gehen nach unten. Jetzt kommen wir mal zu den Aktienmärkten. Die Stimmung ist bärisch. Schauen Sie mal hier die Umfrage unter den amerikanischen Privatinvestoren. Nur 19% sind jetzt noch bullisch. 42% sind bärisch. Also das ist auf jeden Fall ein sehr negatives Sentiment. Gar keine Frage. Normalerweise ein super Kontraindikator. Das gilt auch übrigens hier für die Börsenbriefe in den USA. Wie ist da die Stimmung? Miserabel. Fast an einem historischen Tiefpunkt. Also das ist doch super kontraindikatorisch. Jetzt kann es nur nach oben gehen für die Aktienmärkte. Oder vielleicht doch nicht. Schauen wir uns den nämlich mal folgendes an. Seit dem Zeitpunkt, als Jerome Powell dieses Wort transitory nicht mehr in den Mund nimmt, in Sachen Inflation und damit die hawkische Wende eingeleitet hat, auf Befehl von US-Präsident Biden, dessen größtes innenpolitisches Problem eben die Inflation ist, weil sie fast die Hälfte der Amerikaner aus dem Konsum heraus zu kippen droht. Dementsprechend der Auftrag von Biden an die absolut unabhängige Fed, bekämpfe mir die Inflation und sei es durch Zinsanhebung und Bilanzreduzierung und seit Paul gesagt hat, nee, Inflation ist doch nicht mehr transitory, sehen wir, dass die Aktienmärkte so wenig positiv bleiben oder Intraday, so wenig sich die ganze Zeit im Plus halten können, wie seit 2018 nicht mehr. Also irgendwie hat sich da was geändert. Und was sich geändert hat, ist die Aussicht auf weitere oder wenigere Liquidität und darunter leiden sowohl die Aktienmärkte als auch Bitcoin unter dem drohenden Entzug von Liquidität. Denn eins ist doch klar, besonders die Aktienmärkte und besonders Bitcoin sind gestiegen, als die Notenbanken kräftig reingebuttert haben, nämlich Liquidität in die Märkte. Aber wenn jetzt die Weichen in die andere Richtung gestellt werden, dann ist eben vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, dass dann die durchaus sportlichen Bepreisungen vielleicht ein bisschen weniger hoch sind, sondern möglicherweise nach unten kommen. Wir haben also gesehen, das Anlegersentiment gegenüber Aktien in den USA ist extrem bärisch. Also das sind die Worte. Aber was machen denn die Taten? Hier sehen wir, Stockfonds haben jetzt so viele Zuflüsse in Relation zu Anleihefonds wie seit dem Jahr 2013 nicht mehr. Es ist also nicht so, dass keiner Aktien kauft. Im Gegenteil, es fließt sehr viel Geld in die Aktienmärkte hinein. Wir sehen, dass gerade Global Equity Funds biggest inflows in 6 weeks, in 6 Wochen. Wir haben das gesamte Jahr 2021 massive Zuflüsse in die Aktienmärkte gehabt. Mehr als in den 25 Jahren davor, gesamt, muss man sich vorstellen, in diesem einen Jahr. Und es geht in diesem Jahr ähnlich weiter. Würde es so weitergehen, jetzt wie das seit Jahresbeginn sich entwickelt, dann würden nochmal gut 40% mehr in die Aktienmärkte fließen. Was sagt uns das? Die Leute haben schlechte Stimmung, alle sind bärisch, aber gekauft wird trotzdem. Ich unterscheide also zwischen den Worten und den Taten, das widerspricht sich. Und das ist das Interessante. Warum steigen die Aktienmärkte nicht, obwohl alle bärisch sind? Na, weil alle schon drin sind und irgendwie jetzt schlechte Laune haben, wenn die Kurse dann runterkommen. Deswegen ist eben die Frage, ob diese bärische Stimmung auch diesmal so kontraindikatorisch zu verwerten ist oder nicht. Und wir sehen eins vor allem, meine Damen und Herren, wenn ein Unternehmen jetzt in der US-Berichtssaison sowohl Umsatzerwartung als auch Gewinnerwartung verfehlt, dann kracht es so wie seit mindestens der Dotcom-Blase nicht mehr, wie wir hier sehen. Dann geht es richtig runter. Heute etwas sehen wir Nvidia, wir hatten Meta, wir hatten Paypal, also diese Radikalabstürze teilweise. Wie kommt das? Nun, es ist eine Frage von Bewertungen. Und hier sehen wir mal, wie sich seit 1979 jetzt das Verhältnis zwischen den Gewinnen, Gewinnwachstum und den Kursen des S&P 500, also des maßgeblichen Light Index, entwickelt haben. Der Light Index hat seit 1979 2580% gewonnen, während die Gewinne, das Gewinnwachstum nur 327% beträgt. Und da ist eine leuchte Lücke. Und wenn dann diese Zahlen nicht wirklich außerordentlich genial sind von diesen Unternehmen, dann droht eben hier ein ziemlich großes Loch. Und dieses Loch hat auch meine zweitbeste Freundin, Kathy Wood, jetzt leider ganz böse getroffen. Hier sehen wir unten mal den Shark Ears Arc Innovation. Da sind wir ja mehrere tausend Prozent gestiegen seit Auflegung. Wir waren im Hoch, glaube ich, so bei 140, 150 um den Dreh, sind heute wieder dick im Minus, bei 69 ein paar zerquetschten. Und Kathy Wood, meine fast erstbeste Freundin, ist dann aufgetreten bei CNBC und hat gesagt, also meine Tech-Aktien hier, die sind also weit unterbewertet. Okay, aber vielleicht könnte man besser die Frage stellen, vielleicht waren sie vorher ja massiv überbewertet, sodass wir jetzt eine Normalisierung sehen. Und wenn Sie den Chart sehen, dann ist dieser Arc Innovation von Kathy Wood dann explodiert, als die Notenbank im Corona-Crash massiv Liquidität ins System gepumpt hat. Und jetzt, wo die Notenbank diese Liquidität abzuziehen droht, geht es jetzt wieder nach unten. Wir sind immer noch über dem Niveau, von dem ausgehend Arc Innovation gekommen ist, vor dem Corona-Crash. Also das ist eine Art Normalisierung. Deswegen ist da nichts unterbewertet, sondern immer noch zu hoch bewertet, liebe Kathy. Aber das bleibt natürlich ungesagt, weil ich es dir verschweige. Schauen wir uns jetzt mal eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation an, meine Damen und Herren, im S&P 500. Glauben Sie das nicht, das sind Bären-Geschichten, das ist alles nicht wahr. Es sind neue Allzeithochs natürlichen Sicht, Aktien können nur steigen, alles andere ist physikalisch ja geradezu unmöglich, muss man sagen. Und diese, wie soll man sagen, Schizophrenie, die derzeit der Fall ist, nämlich auf der einen Seite sind alle bärisch, auf der anderen Seite kaufen sie aber und handeln also ganz anders, als sie praktisch es sagen. Hier sehen wir mal die Einzelhandelsumsätze, die gestern ja wieder sehr, sehr stark reingekommen sind, interessanterweise allerdings besonders stark eben durch die Inflation, weil nominal die Umsätze auf einem neuen Allzeithoch sind. Faktisch, aber inflationsbereinigt, aber nicht. Aber nochmal zurück zu dieser Differenz zwischen Worten und Taten. Dann sehen wir hier auf der einen Seite das Consumer Sentiment, also die Stimmung der Konsumenten, boom, so tief wie seit 10 Jahren nicht mehr. Aber das, was die Konsumenten tun, sie kaufen ohne Ende, also diese Stimmung, die setzt sich nicht in Taten um. Worte hier, Taten da und genau das ist an den Aktienmärkten auch der Fall. Bärische Stimmung, aber trotzdem kaufen ohne Ende. Die amerikanischen Privatinvestoren haben jeden Dip versucht zu kaufen im Januar und sitzen möglicherweise jetzt auf Verlusten, sind deswegen bärisch. Aber wo soll dann die Kaufwilligkeit herkommen, wenn man auf Verlusten sitzt und nur noch begrenztes Potenzial hat? Das Potenzial bietet eigentlich der Future-Handel eigentlich die sauberste Art und Weise, an den Märkten zu handeln. Jetzt will die deutsche Finanzaufsicht, um jetzt mal das Thema zu wechseln, Futures praktisch verbieten, indem man auch die Nachschusspflicht bei Futures verbietet. Das geht aber gar nicht, denn Futures sind klar normiert, haben eine klare Spezifikation. Das ist das Transparenteste, was man am Markt finden kann. Und jetzt kann nicht plötzlich ein Broker hergehen und zu seinem Kunden sagen, ja gut, du bist von der Nachschusspflicht befreit. Das ging bei den CFDs, geht aber nicht bei den Futures. Also ist das, was die BaFin hier plant, praktisch ein Verbot von Futures, weil man mit diesen Futures nachschusspflichtig ist. Faktisch ist das aber wieder ein Freiheitsentzug für die Trader. Das muss man leider so klar sagen. Und jetzt noch eine andere Geschichte. Wir sehen in Kanada offenkundig einen massiven Bankrun. Sie haben mitgekriegt wahrscheinlich diese Trucker. Die protestieren gegen die Corona-Politik von Trudeau. Die dürfen ja teilweise nicht, wenn sie ungeimpft sind, nicht von Kanada in die USA einreisen. Da gibt es richtig Probleme in Ottawa. Sie haben das alles mitgekriegt. Und hier sehen wir mal die Anfragen für Bankrun in Kanada über Google Search. Und hier sehen wir, dass die massiv nach oben gehen. Und das hat direkte Konsequenzen. Unten sehen wir etwa mal, wie viele der Bankautomaten plötzlich außer Betrieb sind, weil sie kein Geld mehr haben. Also da passiert etwas, nachdem Trudeau gesagt hat, ich werde jetzt die Notstandsgesetze anwenden, die noch nie in der kanadischen Geschichte angewendet wurden, und besagen, man kann Grundrechte einschränken, wenn es der öffentlichen Sicherheit dient. Und Trudeau hat gedroht, diesen Truckern und ihren Unterstützern die Bankkonten einzufrieren. Also gehen die hin und räumen ihre Bankkonten aus, um dieser Drohung zu entgehen, um auch die Regierung massiv sozusagen gegen anzugreifen. Darüber ein Artikel von mir heute auf Finanzmarktwelt.de. Das ist etwas, was sich sozusagen wirklich geändert hat. Corona ist ein absoluter Game Changer. Nicht nur, dass die Gesellschaft weiter auseinander driftet, sondern auch Staaten driften in der Globalisierung weiter auseinander. Eigentlich ein Drama und kein gutes Vorzeichen. Eine zweite Empfehlung, das war die erste Empfehlung, unter dem Video verlinkt. NotStream 2 in der Schwebe. Wieso ist die Gasleitung für Russland eigentlich so wichtig? Zweite Empfehlung, dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, wenn die Aktienkurse fallen. Viele sind ja in den USA, wenn sie in einem Unternehmen wie Meta, Facebook arbeiten oder wo auch immer, dann haben sie ja Aktienoptionen. Das heißt, sie profitieren, wenn der Aktienkurs hoch ist. Jetzt fallen aber zum Beispiel die Kurse bei Meta massiv. Das ist schlecht für diejenigen, die eben als Vergütungsmodell auch diese Optionen haben. Darüber ein sehr interessanter Artikel, das riskante System der Hebelwirkung vieler Silicon Valley Unternehmen. Also ich habe heute drei Empfehlungen für Sie am Start. Ist ein bisschen viel. Es liegt aber daran, dass wir einfach immer besser werden bei Finanzmarktwelt.de, wenn ich das mal so bescheiden sagen darf. Und es ist also, summa summarum so, Liquidität ist das, was zählt oder eben eine Versicherung. Gold ist eine Versicherung gegen geopolitische Eskalationen auf der einen Seite und eben auch für wirtschaftlich schlechtere Zeiten, während Liquiditätsasset wie Bitcoin und eben auch Aktienmärkte Schwierigkeiten kriegen, wenn die Liquidität versiegt. Denn ihr Aufstieg, der kometenhafte Aufstieg von Bitcoin ist ja in Zeiten der super ultra laxen Geldpolitik passiert. Wir werden sehen, wie die Dinge sich hier weiterentwickeln. Ich empfehle die drei Artikel und sage jetzt Servus und Ciao.